Hallo, ich bin die Tegna und ich mache mit euch heute 10 Minuten Beintraining. Und zwar machen wir die Außen- und die Innenschenkel, damit die so richtig schön strach werden. Okay, dann fangen wir gleich an. Wir werben jetzt kurz auf. Einfach die Beine vor. Viel noch. Einfach. Drei. Zwei. Mit Hand. Viel noch. Drei. Zwei. Und. Und dann stell uns auf. Die Schultern kreisen. Die Schultern kreisen. Rumpen. Vier noch. Drei. Zwei. Und dann kommt mal an, gegen den Ausgangsschiff, die Beine sind weit geasthet, der Oberkörper ist in der Mitte, die Knie schießen sich nach vorne, ihr bleibt in der Mitte und ihr geht acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, und jetzt mit Zwischenstopp, zack, tief, zack, hoch, zack, tief, zack, hoch, zack, tief, zack, tief, zack, tief, und jetzt unten bleiben und ganz klein, ganz oben wieder, ohne Schwung. Noch ein bisschen tief, noch? Hier noch? Drei, zwei, go, nochmal in vorne, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, und jetzt mit Zwischenstopp wieder, zack, 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 hoch, zack, 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 z Alle letzten. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und das letzte Mal ein Zwischenstopp. Hopp. 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 Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Alle anderen von den beiden gar nicht Bear mit. Noch ein bisschen Zähne. für die alle das somit vier. Drei. Zwei. Unsch. Okay. Hopp. 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 distance. Wieder in den Ausfallstück gegen die Schien, die Fußstütze, Oberkörper in der Mitte, hier geht's los, 3, 2, und los, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, und jetzt zwischenstattung, zack, tief, zack, zack, hoch, zack, tief, zack, jetzt guck mal ganz rein, und hopp, 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 noch ein bisschen tiefer, für die Schlagfläche, vier, drei, zwei, dann machen wir nochmal mit, vorletzte Rundestück, vier, vier, drei, zwei, und halten, nach unten, tief, tief, hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch, nochmal, tief, tief, hoch, hoch, und jetzt die kleine, zack, 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 und dann kommt ein bisschen tiefer, vier, drei, zwei, und jetzt die letzte Runde, tief, 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 jeden, drei, 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 und jetzt zwischenstattung, auf lektisch, nach unten, und jetzt von unten, nach unten, hoch, hock, 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 hock. Wenn ihr das spürt, das nach dem Bein ist schön geschnallt, wenn ihr das ausloppert, ganz aufloppert und wenn ihr das Bein reintet und die Hüfte fort, die Gegendehnung. Weiter wechseln. Okay und jetzt gehen wir mal an die Außen- und Innenstädte, der Zunehmenkopf, den Boden auf die Seite. Ganzes Bass, Oberkörper, nach oben bringen, unteren Städten, das sieht vor, das oberen Bein dreht ein bisschen, das sieht sehr aus dem Lachen gestehen. Und ein kleiner, ganz vor mir, das ist richtig vor mir. Und jetzt gehen wir zum Außen- und nach unten. Und ohne Stuhl nur mit dem Mund. Ein, vier, drei, zwei, noch mal in der Hunde. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, und vorletztes Mal noch zwei. Acht, sieben, acht, und vorletztes Mal noch zwei. Und gleich! 2, 7, 6, 5, und kopf es zurück. Ich schiebe in der Bühne, aber ich tränke mich. Also bei mir geht's los. Und jetzt auch 2 noch machen, inzwischen so. 2, 5, 0. Und jetzt geht's noch, wie klein. Ein, oben. Und wenn ihr könnt, zieht ihr noch mal ein bisschen höher. 4, 3, 2, und lösen. Das Bein muss sich ausrollen und dann geht das Bein von vorne. Jetzt muss man sich ausrollen. Das ist gut von der Bein, jetzt gehen wir los. Wieder ablehnen. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und jetzt geht's los. Das innere Brust ist nicht besser, nach oben zieht. Und oben halten. Gleich. Nach. Und wieder nach. Drei. Zwei. Und nach. Füße die Grenzen. Noch. Drei. Zwei. Zwei. Und nach. Ganz langsam. Hoch. Hoch. Zieh direkt in den Rand. Ohne der Schwung. Nur der inneren Muskel. Er zieht gleich nach oben. Mal halten klein. Und jetzt, da muss die Weine nach oben kommen. Vier. Drei. Zwei. Und allerletzte Runde. Eins. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Auf zwei. Hoch. 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 Drei. Echt. Beide. Sieben. Antisimidiert. Noch mal bisschen höher. Drei. Drei. Und geht. Noch weiter auf die andere Seite. Wenn du das Oberbein ausdruckst, kannst du damit um innen. Geschenk nach, legst du wieder auf die Seite. Unteres Bein parallel. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Achtung. 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 Bleib oben. Kleiner. Zack. 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 Und der Innenmuskel wird hier nochmal ein bisschen höher ziehen. Ohne Schwung. Vier. Drei. Vorhine Runde. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Auf zwei. Hopp. Und die. 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 Hai. Hopp. Hopp. Und zieh nochmal ein bisschen höher. Für die festen Beine. Damit da nichts schwammelt. Einmal in die Runde. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und letztes Mal auch zwei. Vier Stück davon. Hoch. Tiefe. Und entspott die Kleine. Noch ein bisschen höher. Mit letzter Kraft. Vier. Drei. Zwei. Und lösen. Dann nehmen wir das Knie wieder nach vorne. Bis zum Austauschrafen. Und dann kommen wir zur letzten Übung. Ich bin nicht ausgeschickt. Oder bis zum Austauschrafen. Das ist ebenso. Die Oben bis zum Austauschrafen. Die Fersen drücken nach oben. Und acht. Zwei. Sechs. Fünf. Ohne Stuhl. Auch zwei. Hoch. Hoch. Tief. Und die Kleine. Und wenn ihr könnt, wir haben ein Stück der Hände. Vier. Drei. Zwei. Vorlesse Hände. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Außen schenken. Zwei. Halt. Drei. Acht. Sieben. Und wieder auf die Außen schenken. Einen, vier noch, drei, zwei, allerletzte Runde, eine noch, ab, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, vier Stück nach hinten auf zwei. Und jetzt gebt eure letzte Kraft für die Beine, acht, sieben, gleich mal was, nur noch sechs, fünf, drei, zwei, vier, drei, zwei, eins, und ab und lege nach hinten in den Start. Gehen wir noch ganz gleich und rechnen, rechts und rein. Auf die Oberschäen, die man hier rollt, reiten wir durch und strengt. Beine atmen, dann ausatmen, oben, anfühlen die Beine und die Beine zusammen. Und dann müssen wir so richtig stehen und gehen. Andere Seite. Andere Seite. Oberschütteln. Und zurück zum Bein stellen. Hüfteln. Füße aufstehen, dann gehen wir noch auf der Überschüttel. Ein und die Beine zusammen. Und wenn ihr wollt, dann die Beine aufstehen. Auf den Bauch. Ein Bein. Und jetzt. Der erste Bruch. Rüftigen. Richtig. Richtig. Und Oberstichel. Der nächste Reden. Und drücken. 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 Schöne Zeit. Und drücken. Und schöne Strafen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020